Wieder mal in die falsche Richtung gezoomt. 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 Der war zu schnell wieder hinter mir. Die falsche Richtung gezoomt. 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 Also unsere Welpen werden schon abgehärtet bei solchem Wetter. Bambi! Bambi, geh aus dem Bild! Bambi! Das Go ist fein! Dankeschön! Bei unserer Bambi müssen wir immer etwas langsamer tun. Die hat inzwischen zwei Tumoroperationen hinter sich, ist auf einem Ohr taub und das eine Auge tut auch nicht mehr so, wie es soll, auf der Seite, wo der Tumor gewesen ist. Das ist sie, unsere mittelalte Dame. Das eine Auge übernatürlich offen, weil da der Nerv beschädigt ist. Und das kann sie im Prinzip auch gar nicht mehr richtig schließen. Sie blinzelt auf der Seite nicht, deswegen müssen wir da immer Tropfen reingeben und Salbe, damit sich nichts entzündet. So, alle Babys fort! Schauen wir mal in den einzelnen Ecken. Aha! Da sind Babys. Kaum habe ich die Kamera weg, ist da vorne auch mindestens ein Baby. Happy, schwing mal deinen Hintern aus dem Bild. Happy, Happy! Happy, danke schön. Ups, da ist mir die Kamera durchgegangen. Happy stellt deinen dicken Hintern schon wieder ins Bild. Oh, du bist der Schlimmer. Du bist der Schlimmer, hm? Berlin, Tumor. Yay! Oh, du bist der Schlimmer. Bis zum nächsten Mal, danke 있죠. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020